Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Workout für Menschen mit Übergewicht und zwar ein ganz normales Bauchbeine-Po-Training. Oft ist ein Bauchbeine-Po-Training für Übergewichte gar nicht möglich, weil da viel gesprungen wird und es werden Übungen auf dem Boden gemacht, die vielleicht nicht ganz so einfach für übergewichtige Menschen sind. Deshalb heute hier ein extra Bauchbeine-Po-Workout für Menschen mit Übergewicht. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und wir beginnen jetzt. So, jetzt beginnen wir mit einem kleinen Warm-up, ungefähr zwei Minuten und wir gehen auf der Stelle, sodass wir so ein bisschen den Kreislauf in den Schuhen bekommen. Und wir werden immer größer mit den Armen hier, weit nach vorne, weit nach hinten und die Beine gehen schön hoch. Durch die Nase einatmen und durch den Mund ausatmen, durch die Nase einatmen, den Brustkorb öffnen, durch den Mund ausatmen, den Brustkorb schließen. Und wir gehen weiter auseinander und wieder zusammen und weiter auseinander und wieder zusammen, weiter auseinander und jeder macht seinen Tempo. Weiter auseinander, wieder zusammen, noch zweimal, noch einmal. Und wir gehen auf der Stelle weiter und wir gehen mit den Armen nach oben und kreisen sie. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei und andersrum. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Rechts, rechtes Ellbogen zum linken Knie und andersrum. Jeder macht so wie es geht. Fünf, fünf, vier, vier, drei, drei, zwei, zwei, eins, eins. Und wir gehen wieder in die Arme mit, öffnen die Beine und schließen. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, Arme mitnehmen, fünf und wir gehen noch mehr mit den Armen. Vier, drei, zwei, eins. Und marschieren. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und nach links und nach rechts. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und wir bleiben stehen, kreisen. Zehn, letzte Übung. Dann haben wir das Warm-Up geschafft. Noch acht, noch sieben, noch sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und lockern. So, Warm-Up ist fertig. Und jetzt beginnen wir mit unserem Bauchbeine-Po-Workout auf dem Boden. Legen uns jetzt langsam auf die Matte. Beginnen mit der ersten Übung. Legen uns schön seitlich hin. Den unteren Fuß legen wir ab. Legen uns auch hier ab. Machen jetzt hier was für die Oberschenkelseite. Könnt ihr euch schön den Kopf hier ablegen auf den Arm. Den Fuß hoch. Könnt ihr das Bein etwas anwinkeln. Und wir fangen mit der ersten Übung an. Ein und aus. Wir machen jede Übung 45 Sekunden. Jetzt merkt man es schon ein bisschen. Und wir machen weiter. Schön langsam hoch und langsam runter. 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 Langsam hoch, langsam runter. Noch fünf, vier, drei, zwei, eins. Wir gehen jetzt auf den Rücken. Machen jetzt die Bauchübung. Ein Bein haben wir oben. Hier. Gucken, dass der untere Rücken immer auf dem Boden ist. Und hier hoch und wieder tief. Einatmen und ausatmen. Wichtig ist, dass der Bauchnabel Richtung Wirbelzäule gezogen wird. Und dass der untere Rücken auf dem Boden bleibt. Einatmen tief, ausatmen hoch. Und hier ist auch Stopp. So, hier ist Stopp. Genau. Und wenn das Bein runter geht, guckt ihr, dass ihr ganz fest den unteren Rücken auf dem Boden lasst. Einatmen tief und ausatmen hoch. Einatmen tief und ausatmen hoch. Man merkt, der Oberschenkel tut auch was. Das ist aber okay. Sehr schön. Noch fünf. Und dann geht das mit dem anderen Bein. Das ist nämlich eine Übung für den Bauch. Sehr schön. Und ausstellen. Linkes Bein hoch. Fußspitze könnt ihr anziehen. Und nehmt das Bein nicht so weit nach vorne. Hier ist Stopp. Das Knie muss oberhalb vom Becken sein. Einatmen tief, ausatmen hoch. Einatmen tief, ausatmen hoch. Einatmen tief, ausatmen hoch. Bauch bleibt Richtung Wirbelsäule gezogen. Der untere Rücken bleibt auf dem Boden. Durch die Nase einatmen. Und durch den Mund ausatmen. Noch 20. Durch die Nase ein. Und durch den Mund aus. Durch die Nase ein. Und durch den Mund aus. Ein und aus. Und noch drei, zwei, eins. Über die Seite. Gehen wir jetzt auf die andere Seite. Und machen die erste Übung von gerade. Auf der anderen Seite. Legen uns schön hin. Gerade hinlegen. Unteres Bein ist angewinkelt. Jetzt könnt ihr das obere Bein hier so hoch nehmen. Oder könnt ihr es auch ein bisschen anwinkeln. Und seitlich hoch und runter. Hoch und runter. Hoch und runter. Und noch 15. 5, 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Jetzt könnt ihr euch wieder auf den Rücken legen. Machen wir es für den Popo. Die Beine so weit wie möglich zum Popo. Und wir drücken uns hoch. Und wieder runter und hoch. Runter und hoch. Runter und hoch. Einatmen tief und ausatmen hoch. Bauchnabel bleibt Richtung Wirbelsäule gezogen. Und tief. Einatmen tief, ausatmen hoch. Noch 20 Sekunden. Einatmen tief und ausatmen hoch. Einatmen tief und ausatmen hoch. Sehr schön. Wieder über die Seite. Wir gehen jetzt auf den Bauch. Legen den Kopf hier auf unsere Hände. und gehen jetzt mit dem linken Fuß hoch und mit dem rechten, ja. So weit wie es nur geht. Den Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen. Pobacken anspannen. Einatmen tief und ausatmen hoch. Einatmen tief, ausatmen hoch. Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen. Und wieder lockern. Wir gehen wieder über die Seite. Machen was für den Innenschenkel. Legt euch hin, stellt das linke Bein nach hinten. Und das andere Bein streckt hier und geht langsam nach oben. Einatmen tief, ausatmen hoch. Wenn es ein bisschen schwierig ist, könnt ihr das Bein auch anheben, ne? Also anwinkeln. Einatmen tief und ausatmen hoch. Bauchnabel bleibt Richtung Wirbelsäule gezogen und hoch. Ein und aus. Jeder macht so, wie er kann von der Höhe. Ein und aus. 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 Noch zehn. Sehr schön. Wieder über vorne, schön langsam zur anderen Seite. Genau das Gleiche machen wir da jetzt. Hinlegen, das hintere Bein nach hinten. Wieder schön entspannt den Kopf ablegen. Untere Bein anheben. Einatmen tief, ausatmen hoch. Einatmen tief, ausatmen hoch. Bauchnabel bleibt Richtung Wirbelsäule gezogen. Ihr könnt euch hier festhalten mit der anderen Hand. Ein und aus. 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 Zehn. Und dann kommen nur noch zwei Übungen. Und wechseln. Sehr schön. Wir gehen jetzt in den Unterarmstütz. Also aus dem Vierfüßlerstand gehen wir in den Unterarmstütz. Und gehen jetzt mit dem rechten Bein nach vorne und wieder nach unten. Und mit dem linken Bein nach oben und wieder zurück und rechts und zurück und links und zurück und links und zurück und rechts und zurück und links. und zurück und zurück und zurück und zurück und noch zehn Sekunden. Dann kommt die letzte Übung. Zieht den Bauch die ganze Zeit schön ein. Sehr schön. Setzt euch schön hin auf den Boden, Beine nach vorne, die Hände nach hinten und seitlich und seitlich. Wer nicht so sitzen kann, kann die Beine auch ein bisschen ranziehen. Wenn es auch nicht geht, kann man sich auch hinstellen. Jetzt machen wir was hier für unsere seitlichen Rumpfmuskeln. Letzte Übung. Noch zehn. 5, 4, 3, 2, 1, sehr schön. Ihr habt das Bauch, Beine, Po Training in etwas abgewandelter Form jetzt gemacht. Und zwar so, dass auch Menschen es mit Übergewicht machen können. Es gibt ja oft auch irgendwelche Handicaps. Dann sind die Beine vielleicht ein bisschen zu dick und dann kommt man da nicht hoch. Oder man kommt beim Sit-up nicht hoch, weil der Bauch im Weg ist und so. Ich habe, soweit ich mir das denken konnte, habe ich die Übungen so ausgewählt, dass halt viele sie mitmachen können. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und wenn ihr weiterhin benachrichtigt werden wollt, wenn neue Workouts oder auch Kochvideos veröffentlicht werden auf meinem YouTube-Kanal, einfach die graue Glocke drücken und dann auf alle und dann werdet ihr immer informiert, wenn was Neues kommt. Ich wünsche euch noch viel Spaß, gutes Gelingen, bleibt gesund und bleibt in Bewegung. Bis bald, eure Silke. Tschüss.